Laub zusammenhaken gehört nicht zu meinen Lieblingsaufgaben. Es ist sehr mühsam, nervig, zeitraubend und ich würde vermuten im Vergleich auch relativ anstrengend. Deshalb will ich heute auch noch zwei andere Methoden ausprobieren. Ready! Musik Was die Anstrengung ist, Was die Anstrengung angeht, war das von Handzusammenhaken mit Abstand das anstrengendste. Ist natürlich so manches liegen geblieben, aber ehrlich gesagt hatte ich weder Zeit noch Lust, das letzte Blatt auch noch aufzuheben. So oft wollte ich dann nicht mehr in die Knie gehen. Der Rasenmäher hat ganz gut aufgenommen, aber er hat halt auch einiges an der Seite wieder rausgeschleudert. Vielleicht hätte ich ihn etwas tiefer einstellen müssen, aber ich wollte ja nicht nur mal den Rasen mähen, sondern nur das Laub aufsammeln. Der Laubsauger war überraschend angenehm zu bedienen, muss ich sagen. Auch von der Laubstärke her fand ich das jetzt nicht unbedingt schlimm. Der Laubsauger hat mit Abstand am genauesten gearbeitet, würde ich sagen. Er hat sogar die Häckselreste vom Rasenmäher mit aufgenommen, aber der Preis dafür war eben, dass es mit Abstand auch am längsten gedauert hat. Die Ergebnisse, was die Häckselleistungen der unterschiedlichen Geräte angeht, sind allerdings durchaus beachtlich. Jeder, der keinen riesengroßen Kompost hat, weiß, dass das ein Faktor ist, der nicht unterschätzt werden sollte. Musik Das wichtigste Fazit lautet vielleicht, so sehr ich Gartenarbeit auch mag und so sehr es vielleicht auch Spaß macht, eine schön gehakte Wiese zu haben. Diesen Test werde ich garantiert nicht wiederholen, weil mir ehrlich gesagt so ein bisschen das Herz geblutet hat, auf eine frisch gehakte Wiese zweimal neues Laub verteilen zu müssen. Musik Musik